Am 1. Oktober war es wieder soweit. Die siebte Schwarzer Silbernacht machte die ganze Stadt zu einer nächtlichen Shoppingmeile. Nachtschwärme und Einkaufsbummler durften sich wieder auf einen tollen Abend mit reizvollen Angeboten und einem bunten Rahmenprogramm freuen. Vor der Pfarrkirche Maria Himmelfahrt fand ein absolutes Highlight statt. Eine atemberaubende Freerunning-Show der Four Elements Academy. Die schönste und größte Einkaufspassage im Bezirk Schwarz hat wieder zum Shoppingerlebnis der besonderen Art geladen. Ein buntes Rahmenprogramm hat zahlreiche Gäste in die Altstadt und in die Stadtgalerien gelockt. In den Stadtgalerien erwarten Sie über 40 Shops mit der Vielfalt internationaler Marken und Neustarkollektionen. Die hervorragende Gastronomie der Stadtgalerien verwöhnt jeden Gaumen. Von der Pizzeria über fernöstliche Küche bis zum bodenständigen Schmankerl. Auch diesmal konnte in der Schwarzer Altstadt und in den Stadtgalerien bis 22 Uhr nach Lust und Laune geshoppt werden. Einen Höhepunkt bildete der Rekordversuch. Wie viele Leute passen in den neuen Opel Corsa? Die Gruppe mit den meisten Personen, die auf einmal in das Auto passen, gewann einen Einkaufsgutschein im Wert von 1000 Euro. Die Gruppe mit den Grenzen Der Magier Ben Heven schafft es mit frechen Sprüchen und kuriosen Geschichten, seine Effekte zu einer der besten Zaubershows dieser Szene zu machen. Es war wieder ein Abend voller Unterhaltung, kulinarischen Genüssen, zufriedenen Menschen und gut gefüllten Einkaufstaschen. Untertitelung des ZDF, 2020